Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask Das letzte Mal haben wir diese Maske hier bekommen Und jetzt können wir mal weiter machen Ich brauche noch eine Flasche mehr Objekt bekommen wir dann später Es ist dritter Tag, ja da muss man das... War das der erste Tag? Ja das wäre der erste Tag gewesen, aber... Wir werden keinen Zeitzwang Ja ich weiss ich habe 67 Rubin oder so Verspendet führen nicht und wieder nichts Egal Na komm mal schnell weiter Dann brauche ich es eben auch gerade nicht Es verbleiben 70 Stunden Oh mein Gott Südunruhstadt Dann zuerst Dieses Lied Sollte ein bisschen langsamer werden Ich glaube es ist die falsche Richtung und das ist auch richtig so Ich glaube es ist die falsche Richtung und das ist auch richtig so Ja Ja Was? 20 Rubinen? Gibt es doch 20 Rubinen? Egal Woh Woh Leg Woh 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 Leg Woh Ja Ich hab's geschafft Seht ihr so kurz auf die anderen Seite? Seht ihr so kurz auf die andere Seite? Oh nein Aber der zweite Und der zweite Ja Und hier seht ihr reinhörst Der Strand. Soll ich Dekunöse? Machen die groß. Mein Gott, die sind schon wieder nervig. Und was ist das dort im Wasser? Was ist das dort hinten? Sind das wie ein Donado, sondern ein Fisch? Was ist denn da? Was sind das für eine merkwürdige Kreatur? Ich muss ihm helfen. Moment mal. Ach, ja. Jetzt... Sieht das Schwert aus, so wäre es wieso, ne? Nein. Er muss dann lang gehen. Und er ist dann lang gekommen. Hm. Ich weiss eigentlich nicht, wo der an landen muss. Er kann ja unter Wasser auch fahren. Ich weiss. Was ist das um seinen Bauch? Oder um die Hüfte? Ich weiss. Was ist überhaupt passiert? Ich weiss. Was ist das so? Oh nein, er bricht das auch mal. Ich weiss. Ich weiss. Was ist denn mit dir? Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Ich weiss. Hör mir zu. Ich will nicht bitten. Gehr oder zu Piraten. Sie haben die Eier gestohlen. Ich wollte die Piraten aufhalten. Dann haben sie mich auferraten. Baby, wisse ich staisst. Selbst wenn es so ist, mit dir kein Frieden, keinen Frieden. Bitte, muss die Eier retten, bevor die Piraten sie finden. Oh bitte, wilde niemand, weil die Seele heilt. Das war alles. Danke dir. Hm, nie mehr Friedensfindung, können wir doch helfen. Ich werde kurz das Mikrofon ausschalten, ihr könnt euch schön sehen. Ich muss die Nase putzen. Ok, wieder da. Ja, tack. Ok. Also ich weiß nicht wirklich, ob das wirklich so befreiend ist. Für mich ist das sehr traurig, wenn ich das passieren würde. Ich glaube es ist ein Grafikfehler. Ich weiß es. Dieses blaue Licht sollte eigentlich nicht dort sein. Ich finde das Kugelfisch he. Das Schlagzeug. Sorry. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das löst sich auch. Mich bleibt nur diese Maske. Bam. Ich kann nicht nach vorne fliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir haben nichts mehr. Das war die Zora-Schuppen. Schreibt dieses Abschiedslied. Ja, das ist doch wirklich ein Abschiedslied. Ich möchte es euch nicht zeigen, aber das ist einfach... Ja, mit A, Rollstour. Oh, wie nicht, er trauert um ihn. Ja, bevor wir jetzt etwas machen... Moment mal. Krieg die Maske, Rollstour. Dann packen wir doch den... Äh, die Flasche. Naaaaaah! Ich glaube, er hat mich den Interval bekommen. Ach so, er bekommt einen Langemacht. Okay, ich weiss, ich mache. Alle haben mein Kopf ausgeflammt. Hau! 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 Oh mein Gott, sieht das extrem blöd aus. Obwohl, sieht doch auch nichts eigentlich aus. Und extrem falsch. So, wo waren das? Mal sie hier. Wo waren das? Dort ist das. Hm, sie sehen komisch aus. Diese roten Schädel. Ding. Sie müssen mich reinräumeln. Oh mein Gott, im Durchgang. Ja, wir können abtauchen und hochschlimmen. Äh, hoch. Ja. Oh mein Gott, Gerudo Kriegerin. Was machen die... Hier? Auf Wasser? Hey du, halt. Haben wir schon, sie haben nicht gesehen. Uuuh. Wir werden mal hier hingeschmissen. Dann müssen wir einfach wieder ein bisschen zurückgehen. Wir sind wieder rein. Und jetzt kommen wir zurück. Wir haben alles geplant. Ich wollte nur mal zeigen, wie es ist so. Puhi! Ja, geschafft! Das erste Teil wird geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind wieder rein. Ich kann ihn nicht mehr sehen. 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 Und ich auch noch... ... ein Foto von ihm. Äh, ja. Achso. Ja, jetzt hier. Alle, die die Mobilkränken haben, dieses Teil hier. Oh, es geht auch los. Ich glaube, ja, nicht für lange, aber... Jetzt müssen wir einfach dort reingehen. Wir haben hier schon 13 Minuten, also wenn wir den Ring finden, werden wir mal den Port finden. Hier gibt es sehr viel Schass zu tun, wenn ich mir auch ein Bein kriege. Ist sowieso einfach nur Rubinen drin. Also gut, dann sag ich, nachdem man gesehen hat, was hier ist. Hier, für ein bisschen Totenschädel. Nur, nur, nur. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.